Ich präsentiere euch die Blackburn-Falle im Italienischen, die ihr auf jeden Fall kennen solltet. E4, E5, Springer F3, Springer C6, Läufer C4 und jetzt spielt Schwarz den ungewöhnlichen Zug Springer D4. Und jetzt sollte man als Weißer nicht einfach diesen Bauern schlagen. Springer E5 und jetzt kommt Dame G5 und jetzt ist es für Weiß schon schwer. Und der typische Zug Springer F7, der verliert schon direkt. Nach Dame G2 ist es schon vorbei. Hier hat Weiß schon verloren. Typischerweise wird Turm F1 gespielt, Dame schlägt E4 und jetzt geht nach Dame E2. Entweder die Dame verloren oder noch schlimmer, schon über 50 Mal gespielt, Läufer E2, Springer F3, Matt. Wie wehrt man das Ganze ab? Wenn hier Springer D4 kommt, nehmt einfach den Springer, rochiert und entwickelt euch weiter. Das ist die Blackburn-Falle, fallt nicht drauf rein.